Kunststoffe verbinden. Kunststoffe verbinden, eine Branche hält zusammen, das ist der Name unserer kleinen Sendereihe, die wir seit der Corona-Krise hier ins Leben gerufen haben, hier in unserem Studio in Friedberg und auch bei den Unternehmen draußen im Markt, die jeden Tag mitmachen und darüber berichten, wie sie durch die Krise hindurchkommen. Heute sind wir verbunden mit einem Unternehmen aus Ulm, das sich nicht nur der Krise stellt, sondern erstaunliche Lösungen bietet, über die ich heute mit dem Inhaber spreche. Dr. Jan-Stefan Röll von der Firma Zwickröll. Hallo nach Ulm. Grüß Gott, Herr Marschall. Viele Menschen beäugen diese Krise sehr ängstlich, weil sie nicht nur mit den Einschränkungen leben müssen, sondern auch um ihre Arbeitsplätze bangen. Dagegen haben sie ein Rezept gefunden. Was genau machen Sie bei Zwickröll? Ja, ich weiß nicht, ob es ein Rezept ist, aber es ist eine Arbeitsweise. Wir muten ja unseren Mitarbeitern eine Menge zu in dieser Krise. Weniger Arbeiten, Kurzarbeit, mobiles Arbeiten und, und, und. Und vor dem Hintergrund haben wir, wie auch in den vergangenen Krisen, uns entschlossen, eine Beschäftigungsgarantie für die Mitarbeiter auszusprechen, die bei uns in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis sind. Ja, Wahnsinn. Also das ist mal eine Maßnahme. Das finde ich super. Das ist cool. Eine Beschäftigungsgarantie, das ist natürlich etwas, das Ruhe reinbringt in die Belegschaft. Toll. Ja, das ist so. Man zieht dann, glaube ich, noch besser an einem Strang, wenn man sich jetzt nicht jeden Tag fragen muss, habe ich noch einen Arbeitsplatz morgen? Und in einem Familienunternehmen hat sich das bewährt und ist, glaube ich, ein ganz guter Stil. Ganz toll. Finde ich super. Das sind genau die Storys, die wir hier in unserer Sendung hören wollen. Respekt dafür. Dann interessiert mich natürlich, wie gehen Sie mit Ihrer Organisation um? Denn dieses Corona-Thema haben wir nicht nur hier in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Sie haben eine weltweite Unternehmensstruktur. Dort gibt es teilweise auch kleinere Partner, Vertriebspartner, die jetzt ebenso unter der Krise leiden. Wie helfen Sie denen? Ja, wir fühlen uns verantwortlich für alle, die mit und für uns arbeiten. Das sind unsere eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften in der Welt, in vielen wichtigen Märkten. Das sind aber auch die Unternehmer, die auf eigene Rechnung arbeiten, zum Teil für uns schon in der zweiten Generation. Das sind zum Teil kleinere Unternehmen, die mehr oder weniger exklusiv für uns arbeiten. Und die nehmen wir mit unter unseren Schirm. Für die fühlen wir uns mitverantwortlich. Die können sich auf uns verlassen, wenn ihr Geschäft nicht mehr läuft und sie wirtschaftlich ansonsten in Schieflage geraten würden. Das heißt, da springen Sie als Unternehmer zur Seite und helfen denen? Ja. Sensationell. Also eine Überraschung jagt die nächste. Das ist natürlich genau das, was jetzt gerade auch Unternehmen durch diese Krise trägt, dass Partner an ihrer Seite sind, die in den letzten Jahren so groß geworden sind, dass sie sich in solchen schwierigen Zeiten das auch erlauben können, anderen zu helfen. Finde ich fantastisch. Was wäre aus Ihrer Sicht, Herr Dr. Röll, die größte Gefahr, die die Branche jetzt derzeit treffen könnte, abgesehen natürlich von den gesundheitlichen Gefahren, die für die Menschen bestehen. Aber was wäre aus wirtschaftlicher Sicht derzeit die größte Gefahr für Sie? Ja, wir haben in der Krise immer noch einige Aufträge bekommen. Das liegt daran, dass wir global aufgestellt sind. Wir haben zu Beginn der Krise noch aus Europa und Amerika Aufträge bekommen. Jetzt, mitten in der Krise, bekommen wir wieder Aufträge aus Asien, weniger aus Europa und Amerika. Und für uns wäre jetzt, abgesehen von den gesundheitlichen Themen, die Sie ansprachen, das größte Problem, wenn man uns das Arbeiten verbieten würde. Wenn man uns also die Fabrik, die Montagen schließen würde. Und da hoffen wir, dass das nicht passiert. Denn mit den Vorkehrungen, die wir getroffen haben, um uns vor der Infektion zu schützen, können wir sonst sehr gut weiterarbeiten. Und die wenigen Aufträge, die wir bekommen, ordentlich, pünktlich und qualitativ hochwertig abarbeiten. Perfekt. Herr Dr. Roll, ich halte die Daumen, dass das weiterhin funktioniert. Denn nur so können Sie Ihrer Unternehmerrolle weiter gerecht werden und Ihren Mitarbeitern und Partnern im Netzwerk weiterhelfen. Ich wünsche mir, dass das noch möglichst lange so funktioniert. Mit großem Respekt grüße ich nach Ulm, Herr Dr. Roll, und wünsche alles Gute. Ihnen, liebe Zuschauer, sage ich danke fürs Zuschauen bei unserer heutigen Sendung. Wenn Sie mögen, bewerben Sie sich und Ihr Unternehmen gerne unter info-at-plus.tv. Dann sind Sie bald schon hier bei mir im Studio. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie gesund und bis morgen. Tschüss. 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 Vielen Dank.